Glück auf Schalke und herzlich willkommen zum Nachbericht VfL Osnabrück gegen Schalke 04. Gott, was war das, ein Mist im Fernsehen zu schauen, nicht im Stadion zu sein, nicht die Mannschaft zu supporten. Das erinnerte komplett wieder an 2020, 2021 und, seien wir mal ehrlich, da lief es für uns ja nicht ganz so gut. Und dann auch noch bei so einem wichtigen Spiel. Das muss man ja ganz klar sagen, das war ja nicht ein Spiel irgendwie mitten in der Saison, sondern ein Sieg und du bist sicher. Ja, Klassenerhalt und dann darfst du nicht da sein, das war einfach nur mies. Dann vor der Partie erstmal das Interview, Welling, Tillmann, Tillmann stark. Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich mag Tillmann mittlerweile sowieso sehr, sehr gerne. Und dann kommen die Aufstellungen und denkst du dir, jo, das ist genau das, was du erwartet hast. Das ist gut, ein Ue Draogo hätte man noch in die Startelf packen können, aber an sich ist das ein Kader oder eine Mannschaft gewesen. Genauso haben wir es, glaube ich, alle erwartet. Ich fand das Lot das erste Mal von Anfang an dabei und wenn ich jetzt mal so spoilern darf, ich fand ihn richtig gut. Aber bevor ich damit anfange, möchte ich nochmal einen riesen, riesen Respekt an jeden einzelnen Schalker nennen, der vielleicht sogar gestern vor Ort war und die Mannschaft von draußen supportet hat, danach noch kurz mit der Mannschaft gefeiert hat. Also wenn irgendjemand von euch zuhört, Hut ab, ihr seid das, was Schalker am Ende des Tages ausmacht, da habe ich riesen Respekt vor. So, fangen wir aber jetzt mit dem Spiel an und wie gesagt, die Aufstellung war eigentlich so wie erwartet. Die war tatsächlich 1 zu 1 so, wie ich sie auch im Vorbericht erwartet hatte. Dementsprechend da keine großen Überraschungen. Und dann geht das Spiel los und du denkst dir so, jetzt bitte nur nicht super nervös sein, Jungs. Erstmal plötzlich keine Atmosphäre mehr, das erinnerte wirklich an ganz negative Zeiten. Und du denkst dir so, jetzt seid nicht nervös, Jungs. Jetzt spielt einfach ganz in Ruhe. Und das Spiel hat kaum begonnen und Kiketopp macht das Ding. Und ich saß hier zu Hause und bin erstmal aufgesprungen und hab geschrien und gejubelt. Weil damit hab ich überhaupt nicht gerechnet. Ich hab überhaupt nicht damit gerechnet, dass wir früh bereits so anfangen wie die Feuerwehr. Und ich schwöre euch, ich hab hier erstmal alles zusammengebrüllt und hab mich kaum wieder hingesetzt. Da gucke ich auf das Spiel und da ist da Kenan Karaman und der macht das typischste Kenan Karaman-Tor, was er nur machen kann. Dieses aus dem Halbfeld so ein bisschen vor dem 16-Meter-Raum abzuziehen, unhaltbar für den Keeper. 2-0 nach 5 Minuten. Und gefühlt muss man sagen, also wirklich, ich hatte schon nach 5 Minuten das Gefühl, das gewinnen wir hier. Da kann jetzt passieren, was möchte. Da kann Osnabrück noch besser werden. Du gewinnst hier. Denn Osnabrück war überhaupt nicht auf der Höhe. Und Schalke vollkommen. Die waren wie angezündet in den ersten 5 Minuten. Als wenn die hier ganz schnell zeigen wollten, so. Heute hier, ihr habt den Mist mit uns abgezogen. Dafür drücken wir euch einen rein. Genau das wirkte am Anfang so. Und ich habe kurzzeitig, also ich habe hinterher tatsächlich auch noch ein, zwei Leuten geschrieben, hey, nur noch Geisterspiele auswärts. Also wer weiß, vielleicht eine ganz gute Sache. Natürlich nicht, aber egal. Aber du hast nach 5 Minuten gedacht, ja komm, das Ding gewinnen wir hier. Ich hatte da wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl direkt. Und man muss sagen, danach hat Schalke sich gedacht, so ja, so, wir haben gemacht. Jetzt zeigt mal, was ihr könnt. Denn Schalke hat sich danach komplett hinten reingestellt. Und ich behaupte mal, ganz frech, das war nicht, weil Osnabrück so krass gespielt hat, weil, und das müssen wir jetzt ehrlicherweise mal so sagen, boah, Osnabrück war schon echt mies. Also, uiuiui, da versteht sich Tabellenplatz 18 leider ehrlicherweise schon. Klar, wir hatten jetzt unter der Woche so das ein oder andere an Terz und die ein oder andere Differenz. Aber ehrlicherweise, ich würde mir wünschen, dass die bleiben. Klar, die sind jetzt abgestiegen und ich hoffe ehrlicherweise, dass die relativ schnell wieder aufsteigen, weil das ist an sich ein sympathischer Verein. Ich hätte da andere Mannschaften, die mir lieber wären, wenn die absteigen würden. Dementsprechend auch hier, wenn das ein Osnabrück-Fan hört. Ich wünsche euch alles Gute und ich hoffe, ihr kommt schnell wieder. Nur ehrlicherweise, die waren ja gar nicht auf der Höhe. Die haben ja überhaupt nicht gespielt. Die waren ja totaler Mist. Also, die haben dann zwischenzeitlich in der ersten Halbzeit knappe 80% Ballbesitz gehabt. Aber da kam überhaupt nichts Gefährliches. Im Gegenteil, wenn Schalke dann mal wieder nach vorne kam, dann wurde es halt gefährlich. Schalke wollte aber lange Zeit überhaupt gar nicht, weil warum auch? Du führst 2-0, entspannt, hey, Körner schonen, sparen, entspannt, komm, muss ja nicht. Weil im Zweifelsfall kommt Osnabrück plötzlich mal gefährlicher und dann hast du noch die Energie. Und dann kommt Schalke auch nochmal nach vorne mit Keke-Top. Ob diesen Kopfball ein bisschen besser platziert, dann ist das Ding drin. Wobei ich sagen muss, Keke-Top gestern, beziehungsweise heute, für euch ist es dann gestern, richtig, richtig stark. Wirklich auch unabhängig von den Toren. Der hat mir unheimlich gut gefallen. Der war richtig gut in der Partie. Der hat mal die Bälle auch weniger verstolpert, was er ja immer noch so zwischendurch drin hat. Dass der Ball etwas weiter wegrutscht, fantastisch. Das eine Tor hätte potenziell noch sein können. Danach ist es ja auch noch Simon Terodde, der noch ganz knapp ums Tor schießt, beziehungsweise war es ein Schuss. Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall, der Ball hätte auch noch mit etwas Glück reingehen können. Und so gehst du am Ende in die Halbzeitpause und du denkst dir so, ja, das Ding holen wir. Ganz im Ernst, das Ding holen wir. Ich habe noch so in der Pause so ein bisschen so gedacht, boah, nee, bitte jetzt macht nicht den Mist, dass ihr plötzlich in der zweiten Halbzeit komplett daneben spielt. Und dann kommen die aus der Halbzeit und du denkst dir, ja, ja, genau so muss es weitergehen. Genau so muss es weitergehen, denn du hast relativ schnell noch die ein oder andere kleinere Möglichkeit. Nur Osnabrück kommt halt auch nicht nach vorne. Das ist also wirklich, Osnabrück in dieser Partie, es spiegelt so ein bisschen die Saison wieder, weil man hatte Höhen, man hatte Tiefen unter Schweinsteiger. Ehrlicherweise, so fair muss man sein, lief es überhaupt nicht. Dann unter dem neuen Coach ging es besser. Ehrlicherweise, mit der er von Anfang an trainiert hätte, hätte es ja wahrscheinlich auch funktioniert. Er hat ja seinen Vertrag auch schon verlängert für die dritte Liga. Deswegen, da bin ich sehr gespannt. Dann kommt auch ein Assan Uedraogo zu Halbzeit und du denkst dir so, boah, Junge, erstens, bitte verlässt dich nicht. Und zweitens, jetzt zeig nochmal, was du kannst. Wobei, willst du es wirklich zeigen, weil dann bist du ja noch attraktiver für andere Mannschaften. Naja, auf jeden Fall muss man ehrlicherweise sagen, der hat es gezeigt. Von der ersten Sekunde an war der total gefährlich und Osnabrück hatte richtig Probleme mit dem. Also, ein Assan Uedraogo in der zweiten Liga, die gesamte Saison fit. Boah, was könnte das ein Gamechanger sein. Also, wenn der, und das wird ja im Sommer passieren, den Verein verlässt, dann hoffe ich einfach nochmal, dass man den vielleicht noch ein Jahr zumindest ausleihen kann. Das wäre so unfassbar wichtig. Und dann kommt in der 64. Minute auch noch ein Tobi Mohr erstens. Also, ehrlicherweise freue ich mich für ihn, dass er noch ein paar Spielminuten bekommt. Und genauso wie es hinterher bei Cissé war, dem ich es total gegönnt habe, dass der noch reinkam. Und dann denkst du dir so, boah, Tobi Mohr, ey, mach jetzt keine Kacke, ne? Ey, es macht keinen Mist. Und eine Minute später gefühlt so ein, zwei. Dann kommen auch so ein, zwei Slapstick-Aktionen. Aber, dann ist es die 65. Minute. Und dann ist es natürlich Asan Uyidraogu. Der ist einfach so unwiderstehlich da vorne, macht das 3 zu 0. Und spätestens jetzt sollte dem letzten Schalker klar gewesen sein, wir machen heute endlich den Klassenerhalt sicher. Dann fällt sogar noch das 4 zu 0 durch Kielke Top, der das auch einfach super leicht machen kann, ehrlicherweise. Ich möchte aber jetzt hier mal ein paar Namen erwähnen, weil das finde ich wichtig. Wir müssen einfach mal die Spieler hier durchgehen. Marius Müller im Kasten, ein, zwei Paraden gehabt. Unter anderem diese Fußabwehr. Viel musste er nicht machen. Was er gemacht hat, hat er sicher gemacht, wie immer. Einfach ein geiler Rückhalt. Da gab es ja diverse Gerüchte oder gibt es mit dem VfL Wolfsburg. Die hat er nicht dementiert, aber hat zumindest mal gesagt, man sollte nicht immer alles glauben. Da warten wir mal ab, was in den kommenden Wochen kommt. Ich denke mal, da sind wir noch nicht am Ende. Da wird noch einiges passieren. Dann, wenn wir uns die Viererkette angucken, in Obejan hat wieder richtig gut gespielt. Ach man, ich weiß nicht. Eigentlich bin ich mittlerweile echt der Meinung, man sollte fast mit dem verlängern, aber nun gut. In Kaminski war relativ solide. In Kalos war auch solide bis gut. Die wurden aber auch ehrlicherweise nicht so krass gefordert von Osnabrück. In Van der Sloot, klar, da ist noch Potenzial nach oben. Natürlich, aber für seine erste Startelf-Nominierung top. Der ist schon 23, muss man dazu sagen, kam er für die U23. Aber für das erste Mal Startelf in der zweiten Liga. Wirklich, ich hoffe, der bekommt noch mehr Einsatzzeiten in den kommenden Wochen, weil das könnte noch ein richtig guter Spieler werden. Danach haben wir dann in der Dreierkette oder beziehungsweise in dieser Raute, je nachdem, wie du die Aufstellung sehen möchtest, hier zum Beispiel Fottmopp sieht es halt als 4-3-1-2. Da haben wir dann Kabadai gut gespielt. Immer wieder ein paar Antritte, aber ohne die riesen Durchschlagskraft. Dann haben wir Ron Schallenberg und das ist einfach so ein geiler Spieler. Also Ron Schallenberg, der hat ein bisschen Anlaufzeit gebraucht, aber der hat gestern auch wieder so viel da hinten weggepflückt und hat bereits vor der Verteidigung, beziehungsweise vor den Innenverteidigern, so viel unterbunden. Gleichzeitig nach vorne versucht er immer mal wieder ein bisschen was. Das ist so ein fantastischer Spieler. Übrigens genauso wie Paul Seguin, der wahrscheinlich mit Top für mich beste Spieler gestern, der hat zwar kein Tor gemacht, der hat aber eine Vorlage geliefert oder waren es sogar zwei. Weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber auf jeden Fall, der Typ ist super. Paul Seguin, wirklich, der wird in der kommenden Saison noch so wichtig. Es gab so viele Diskussionen mittlerweile um den, was irgendwelche Leute mit dem gesagt haben oder über den und was er selber gesagt hat. Es ist mir egal. Der Mann zeigt mittlerweile, warum er zu uns gekommen ist und warum er auch ein bisschen Geld gekostet hat. Der spielt einfach nur mega, mega gut und ich hoffe, dass er genau das in der kommenden Saison wieder zeigen kann, weil dann kann der so ein riesen Big Game Player für uns werden. Wirklich wahr. Dann kommen wir davor, Kenan Karaman, ja. Der Mann ist seit Monaten angeschlagen, der hat immer wieder Probleme, trifft trotzdem. Trifft und trifft und trifft, ist unser absoluter Topscorer, hat jetzt glaube ich zwölf Tore, neun Vorlagen. Alter, verdammt. Also, wenn wir den irgendwie halten können, wirklich, wenn wir den irgendwie vielleicht insbesondere verlängern, wäre mir wichtig, weil Vertrag bis 25, wenn du den jetzt im Sommer, entweder gibst du ihn ab, wenn du noch Geld bekommen möchtest oder du gehst ins Sätze, vertragst ja, dann wird der Ablösefrei, wenn er nicht verlängert. Da musst du dann halt überlegen, ob du das stemmen möchtest, beziehungsweise das verkraften möchtest, wenn du den Ablösefrei gehen lässt. Ich hoffe, irgendwie kriegt man ihn verlängert, genauso wie Marius Müller. Und dann nach vorne natürlich Keketopp, zwei Tore. Simon Terrode hat auch ein gutes Spiel gemacht, war auch ein Fixpunkt, hat mir auch gestern richtig gut gefallen. Ich bin sehr gespannt, was mit dem passiert. Ich hoffe, der bleibt irgendwie im Verein, ob als Spieler, als Funktionär, ich bin gespannt. Aber gestern, das war einfach richtig schön. Das tat einfach richtig gut und dass die Jungs danach auch direkt rausgehen zu den Fans mit denen feilen und Marius Müller da auf diesem Zaun zu sehen, wie der abfeilt und sich denkt, mein Gott, wir haben es endlich geschafft. Ja, natürlich, natürlich tut mir das da im Herzen gut als Schalke-Fan. Haben wir gerade nur den verdammten Klassenerhalt geschafft, obwohl wir geglaubt haben, wir könnten vielleicht wieder um den Aufstieg spielen? Ja, natürlich. Aber wir haben es geschafft. Endlich. Und jetzt ist es wichtig, dass wir daraus die Konsequenzen ziehen, dass wir daraus Lehren ziehen, dass wir da verstehen, was wir falsch gemacht haben und was wir verändern müssen. Ich persönlich glaube aber, dass das ein Tillmann kann. Als Vorstand da ganz oben glaube ich das. Jetzt ist noch nichts offiziell verkündet. Wir haben jetzt momentan 10.01 Uhr. Ich gucke auch gerne nochmal jetzt, ob noch was Neues gekommen ist. Aber Stand jetzt nicht. Das bedeutet, Ben Manga ist noch nicht offiziell. Vielleicht kommen die News morgen bereits und dann heißt es, jo, übrigens, Ben Manga ist offiziell. Wer weiß. Ich glaube, die kommenden zwei, drei Wochen werden sehr spannend werden. Denn es wird einige News geben, Leute, die den Verein verlassen, Leute, die vielleicht im Verein bleiben. Mal schauen, ganz rund um Personal. Also nicht nur Spieler, sondern auch Funktionäre. Ich bin sehr gespannt. Aber jetzt ist das Ganze sicher. Jetzt schauen, gegen Rostock wird es nicht leicht. Denn für die geht es noch um alles. Ich glaube, dass die Fans sich auch nochmal revanchieren werden wollen für das Hinspiel in Rostock, wo es ja so ein kleines Scharmützel wohl gab. Ich weiß auch nicht, was das genau war. Aber war ja nichts. Klar. Aber da wird es auf jeden Fall noch was geben. Und da nochmal versuchen. Wir wollen Platz 14 mindestens, damit wir nicht in den Amateurtopf da im DFB-Pokal rutschen. Das wäre wichtig. Das schaffen wir auch da, glaube ich, ganz fest dran. Jetzt aber vollen Fokus auf die letzten zwei Spiele und vor allen Dingen auf die kommende Saison. Denn wenn der 1. FC Köln zum Beispiel auch noch absteigt, dann wird das halt auch einfach eine krass geile zweite Liga. So fair muss man sein. Was sind das für geile Mannschaften, die da insgesamt dann in der zweiten Liga sein werden? Zukunftsmusik. Jetzt erstmal jubeln über dieses 4 zu 0. Weitermachen. Ab nach vorne. Glück auf. Bis zu den nächsten News.